GTA 5 Story Modus Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Story Modus Heute Folge 6 Temmer nach langer Zeit Und ja ich hoffe man hört mich Müsste man eigentlich Und ja Es ist wieder für mich ein bisschen lange her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe Deswegen würde ich gerade gucken Wir haben viele Orte zu besuchen Schaut Wir haben sehr viele Orte die wir besuchen müssen Deswegen machen wir so dass wir Wir haben einfach so dass wir Taxi rufen Hoppala Hoppala So Rufen wir an Ein Fahrzeug ist auf der Weg Klingt gut Nice Na dann So dann warten wir da kommt er schon Wir gehen erst mal Fragezeichen Äh Wir gehen erst mal Fragezeichen Äh Wir gehen erst mal Fragezeichen Äh Kommt mal Das klingt teurer sein Ist egal Stört mich jetzt nicht Weinent Ich hab sogarACK Carbon-Based-Liveform Check, 6 feet tall, check, slightly excessive adipose tissue, normal distribution, check, readings are, readings are, shoot, this little machine is broken again, check, stardate 14-9-305, lifetime is, 789 past the 9th meridian, we are clear, greetings, CBL, carbon-based life form, greetings, home, have you seen them, CBL, seen who, I don't know, aliens, they came to me last week, there was a brilliant joy, and a terrible confusion, and they were laughing and screaming and crying all at once, and some said, Omega, we come in peace, and others said, we have come to enslave you, we are an infinitely intelligent race of supercosmic beings, and out of the 6 billion people on this planet, we have chosen you for no good reason, and just then they were about to abduct me and do experiments on me, when their ship crashed, and now I've got to find the pieces, look, look, see this, if you see some, if you see some, let me know, yeah, yeah, okay, I will, man, Das war's schon? Ähm... Ähm... What a freak! What a freak! Hoffentlich war's das. Yeah, out. Yeah? Dach sie? Und hier? Wo führer man? Hey, can I get a cab of course driver should be with you soon. Appreciate it What up me? Where can I take you we get my berry institutional So I take it I can count on your attendance friend huh at the smoke in Yeah, we're gonna bring down the government by smoking weed together and a public place It's very effective. I'm prepared to be a martyr friend. Are you? Shit if being a martyr means to smoke good weed for sure You like a little warm-up you know before you go and collect the supplies Before I what you know get the supplies can't have a smoke in without smoke You know cerebral stuff that's gonna get the people up off their feet protesting And I don't know it sounds kind of bullshit to me We're gonna crush them with our resolve Here How about a taste of that? Okay, get up Hmm, it's just a mellow sophisticated high Man, this seems a little dry. Can't you see the aliens? Man, what else are you taking? Man, this shit is garbage Man, this shit is garbage Anyway, just get the stuff It's a revolution And then call me Crazy mother fucker Wait a minute Sir Andreas needs you I'll text you where the stuff is You go quick with Asia And look out for the cops and the monsters They're everywhere Oh 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 I can go out to the devil I can't talk about it I don't know I can't talk about it but people don't agree I don't agree Can't talk about it I don't think I'm right We came out to Beveley Right away sir Come on let's go Come on let's go So Ja ich mach das best auf ihn Ich weiß nicht wann ihr das sehen werdet. Wie du die Füße aufhören? Ja, das ist du. Wie geht's dir? Ja. Hey, hast du gesehen, dass du mich unglaublich hast? Ja, Trevor Phillers, aber ich warte, ob du eine Bildung an ihn? Warte, 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 warte. War er nicht in die, in die Menschheit? Nein, nein. Oh, warte, ich muss dich sagen, dass du sie nicht verletzt. Oh, warte, das ist warte. Das ist warte. Mann, du musst nicht glauben, dass du das Ding wirst. Sie wollen eine Serie zur Realität über mich. Ja, das ist wahr, Mann. Ich werde groß sein, ich werde groß sein, ich werde groß sein, nicht wahr? Es geht um die unglaubliche Leben, die ich lebte, nicht wahr? Oh, gut. Ja, boi! Oh, ja, boi! Sonst, während ich das mache, ich werde jemanden noch nehmen. Nein, ich bin cool. Oh, komm mal, Mann, komm mal, homie. Okay, wenn du eine Chance hast. Ich meine, es ist kein Rutsch. Okay? Oh, und was ich mache, ist, ich schreibe dir eine Liste, und ein Link, damit du siehst, wer sie sind. Genau? Ja, egal, Mann. Ja, okay. Ja. Hey, und ich versuche dir, fame wird mir nicht ein bisschen verändern. Ja, ich hatte Angst, dass du das sagst. Ich bin gut, ich bin gut. Ich bin gut. Ich bin gut. Alles gut. Ich bin gut. Ich war traurig. Ich bin gut. Ich bin gut. Na gut. Hey mein Mann, wo gehst du? Der Apparel Beach. Okay. That's the ride, mein Mann. Whoa, whoa! Okay, jetzt! What are you trying? Do you even think of apologizing? You're an asshole. But there is a good chance. Well, what do you think? So, what's up, man? Sit down and face forward. Now, I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh, shit. Y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsource work to child slaves. Then stolen sold everybody's private information. And even ripped his own friend's ideas off and walked around like the Messiah while doing it. But, man, I don't think the nigga deserve to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fool's hairs off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can. Because it's not fool's heads, it's asshole's heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence. Anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called priopolds, and it's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA. Now, he doesn't care that his hardness pills are giving desperate, middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using mollus and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man, all right, fuck it, I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs, you know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. I'll reach my auto noch hit, though. Hi. Hi, brother. Howdy, friend. Hey, can I get a cab? No problem. I'll have one there in a couple of minutes. Sounds. What the hell, man? I'm a peaceful man. I won no trouble. Loser. Loser. Cab, hey! Where are you headed, homie? Oh, my God. Oh, my God. Rockford Hill. Oh, my God. Or he thought we needed a car second. How many are we gonna have? All right, brother. Here we are. Oh Ich kann sagen, wir werden uns mit uns ein bisschen besonderes sein. Ich fühle mich hier. 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 Ich bin völlig ausgleichbar. Aber es ist schwer, dass ich mich nicht einmal in einem Zeitraum habe. Ich weiß nicht, ob der links ist. Ich weiß nicht, ob der links ist. Wir fahren ein bisschen hoch. Ich will das Auto hier. Oh, das ist nicht so geil. Hier. Hier. Oh, nein. Ne, ich kenn die Mission, die ist scheiße. Also wir machen mal nur um die Zielpersonen unternehmen, das wird er selber verlassen. Schalte die Zielpersonen aus. Ich bin jetzt der Zielperson, das ist es auch hier. Ich habe hier bei uns. Ich habe hier gesagt, wir können hier nicht mehr. Hier sind die Zielpersonen aus. Ich kann hier. Ich habe hier gelesen, nicht vieles. Ich habe hier gelesen. da ist doch ganz da oben versuchend ok, kommt der, kommt der, kommt der, kommt der zu sein Ich bin der Kopf von dort, hoffe ich. Wie soll ich denn abschalten? Aber bin ich auch nach oben gegangen, ich Idiot. Ob die Misse wird alles fehlgeschlagen, erzählt ich euch, Achtung. Ich bin auch lost, aber warum mach ich sowas? Ich brauche zurück, jetzt! Ich habe ihn sogar ausgeschaltet, aber ich bin genau in dem Moment auch gestorben. Oh, wieder warten. Da warten wir halt. Ich dachte, ich hätte die mit Schalldämpfer. Das war der andere, das ist der neue, ne? Ja, ja. Ich habe bei beiden Schalldämpfer draufgemacht. Wie? Hinterm Auto, wie viel würde ich sehen? Nein, so gut wie gar nicht. Ich zeig euch. Ich habe bei beiden Schalldämpfer draufgemacht. Ich habe bei beiden Schalldämpfer draufgemacht. ok nicht verlangen ich muss ihn aber auch perfekt treffen am besten so dass wir hinter einem Baum sind genau man sieht ja nichts sieht man ja nichts so wer ist es ich bin so lost es macht keinen Sinn ja geil so gleich das ist soweit ich zeig euch wie man das jetzt macht ok in einer Sekunde ihr macht einfach so wenn es gleich Null wird 1 2 3 2 2 3 4 4 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3